willkommen zurück bei es aus park unterstab der wahrheit wir unterscheiden uns jetzt mit einer naja auf karten und seite zu stehen die frage ist ob wir dann denn auch los sind das wäre natürlich ein bisschen doof der sehr stark ich zieh mich erst mal um oder steige auf den turm ich zieh mich erst mal um ich glaube die haare sind ein bisschen doof tja dann rufen wir die gossip kids mal bei der wende wir haben den picken ja respektive es ist das 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 Von der Macht von Mandeloth, der 3. Börse des Reden, und von der Glocke von Christus, ich werde hierbei anheben, Kommandor, Duchebag! Mit all den Recht und Privilegten, die da sind. Das Desk! Citizens of Koopa Keep, we know where the elves are hiding the stick. I told you they were cheating. Now we shall march on the skew and make the hallways drip with elven blood! Huzzah! Defenders of freedom! I thank you for your courage and your audacities in joining our fight. Tonight, we are no longer the humans or the Goths. Tonight, we unite as one! I feel like such a homo sapien right now. The humans are here! Ooh, they blew their horn! Blow ours, Butters! Guys, Blake left! Godkids, prepare to attack from the head! They barricaded the entrance! The elders up to their old jews again! Find another way in! Take out the barricade from the head! Cool! Und jetzt ist es noch... Was ist... Was ist das? Ach, du lecker! Ouch! Why can't you just leave us alone? Ouch! Sagt mal nicht! ... Geil! was haben wir jetzt eigentlich da gerade an verdammt zehn rüstung level 7 hallo da bleibe ich doch dabei 17 rüstung die elfen haben leider einfach das bessere das sieht hier nicht gut aus warum sind die betäubt ich muss den heilen ja klar Ja. Na dann, viel Spaß hier draußen noch. Wieso kriegen wir jetzt so viel Stuff, ob wir hier gleich einen Endkampf haben? Wenn ich mal Dolphi was sehen würde. Äh, wie komme ich jetzt hier rüber? Muss ich jetzt hier nur Furzattacke? Drachenschrei, Furzgranate, Drachenschrei müsste es sein. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Lange, verdammt. Hm, das ist doch die Cafeteria eigentlich. Ach, da ist ja noch eine Tür. Oho. Wir könnten den jetzt für hinten platt machen. Oh, das ist doch die Tür. Wenn ich meine Augen öffne, sehe ich meine Freunde schreien. Ah! Fuck das shit. Ich bin für die Merse. Ich will nicht mehr spielen. Fuck das shit. Nun gut, dann holen wir uns die Muffen hinten. Nein! Ich hätte ja klappen können. Hi, wir sind tot! Ah! Ah, ah! Konterhaltung, dann haue ich erstmal auf ihn. Das ist nicht so gut gelaufen. Das haut ordentlich reine Dinge. Professor Chaos. Yeah! Let's see how you like healing with me! Rüstung. Verdammt. Wir machen euch blöd. Verdammt. Ich hätte auch das nutzen können. Wäre ich mal ein bisschen schlauer gewesen. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Ach, geht's da vielleicht noch? Na klar. Cool. Wir kommen jetzt aber gar nicht hier runter, ne? na gut probieren ist einfach noch mal von unten jetzt machte ich weg jetzt muss ich mir wieder bieben hallo wieso treffen wir die nicht beschiss reflektieren der fernangriff müsste trotzdem rechnen ja so viel zu dieser theorie we Okay. immer nur einen muss ich vielleicht mit der rechten maustaste kontern drückung zu furzeln nämlich doch mal einfach gehe hat nicht geklappt habe ich doch oder muss ich halten kann natürlich auch sein das ist nicht richtig gelesen habe jetzt war kann ich hier aber auch alles nicht oder drücke halten bringt auch nichts was ist das denn oder ich habe noch eine andere idee jetzt habe ich beides gleichzeitig drückt das gibt es doch gar nicht wie geht denn das und tschüss dass das egal jetzt ist er ihr da und na gut er musste mal sein scheiß schild loswerden jetzt hat er wieder na gut na gut dann beleben werde ich erst mal wieder botters ich glaube jetzt hat er gerade wieder die konnte haltung kleiner gesundheitszong für dich mein freund so ein kleiner wichtig wir kriegen ihn einfach nicht platt geht doch so zeit für eine folgenpause spitze bedanke mich bis dann so 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 so